Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es TikToks. Wir werden uns TikToks angucken, auf die ihr mich markiert habt. Bitte lasst keinen Daumen nach oben da und guckt euch das Video am besten gar nicht erst an. Hamed Reaktionas. Er ist auf dem Niveau von Max Pro. Bruder, er zerstört Max Pro. Ja, was soll ich euch sagen, Chat? Das ist halt die eSports-Cam. Was soll ich euch sagen? Digga, was heißt eigentlich Digga? Ich glaube, Digga heißt so Dicker. So mäßig, so nach dem Motto Mein Vetter. Also das ist nicht so schlecht gemeint, weil auf Französisch heißt Mongos und das heißt, glaube ich, mein hässlicher, auch sowas wie mein Bro. Einfach mein Bro, mein Dicker. Das ist einfach irgendwann abgekürzt worden zu Digga. Was für ein schlechter Abschleppdienst. Digga, Realtalk, ich würde einfach Anzeige erstatten für wie die mein Auto abschleppen. Digga, wie langsam die sich auch bewegen, dass es verschnellert, immer noch so langsam aussieht. Oh nein, er kriegt den Ball ins Gesicht, sag ich. Oh, noch schlimmer. Oh, das ist ganz schlimmer Schmerz. An den kann man sich auch nur erinnern, wenn man ihn vor kurzem hatte oder wenn man ihn hat. Oh, in die Eier mit Luftbeschwerden, alles. Oh, wow. Das ist keine normale Bracca. Das ist keine Bracca. Gott verdumme, das ist ohne normale Bracca. Ich glaube, es ist gerade das Respektloseste passiert. Ich bin so geschockt ohne Scheiß. Vor allem hat das weh getan. In den letzten Monaten, was ich wieder erlebt habe, so eine Jungstruppe. Ich war ganz entspannt beim Subway und die waren dann schon die ganze Zeit so ein bisschen... Subway? Wer sagt Subway? ...aufdringlich am Fenster, haben geklopft, bla bla bla. Und ich meine schon so, wenn die ein Foto wollen, habe ich jetzt keine Lust, weil ich mag das nicht, wenn man so disrespektvoll ist. Und dann mache ich das einfach aus Prinzip nicht. Und Fragen. Ja, ja, Phoebe. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will jetzt kein Foto. Zwei von denen haben mir beide einen Gehfeder gegeben und haben gegen mein Bein getreten und sind weggerannt. Und dann sagen die noch so selber schuld, wenn man kein Foto macht. Alter, ich bin gerade wieder menschlich so... Ich glaube, es ist gratis. Als ob, Digga. Als ob, Bruder. Manchmal denke ich mir, krass, ich kann mir immer so schwer vorstellen, wie es ist, nicht Hamed Loco zu sein. Krass. Wobei ich muss sagen, Digga, es gab auch schon mal irgendwen, der mir einfach eine Backpfeife gezogen hat. Und der hat dann gelacht und er dachte, ich finde das auch lustig. Bruder, ich habe den so angeschrien, ne? Ich habe den so zusammengeschnauzt, ne? Ich war für eine Sekunde sein Vater, ehrlich. So wie ich mit dem geredet habe, es war, Digga, der musste lernen, dass er nicht einfach irgendwem eine Backpfeife ziehen kann. Da dachte er ehrlich, ahaha. Phoebe erzählt wieder, dass er es heilbringt. Boah, deine Kommentare auch ehrlich respektlos. Hast du denn schon eine Freundin? Nicht nur eine, aber wenn du willst. Hast du denn schon eine Freundin? Nicht nur eine, aber wenn du willst. Ich glaube, er wollte sagen, noch keine. Er hat den Meister der Backrooms gefunden. Er ist einfach ein bisschen am Kacken. Ich habe das letzte Nacht gemacht. Du magst es? Sweet. Das ist was ich sage. Everybody acts like sperm is such a bad thing. Isn't it good? This nigga. Made this one last night. Actually. You like it? Sweet. Sweet? That's what I'm saying. Everybody acts like sperm is such a bad thing. Isn't it good? This nigga. Oh, sh**. P. One. I guess it's going down. P. One. Es ist oftmals sogar ziemlich blöd, weil die anderen dich dann für arrogant halten. Auch wenn sie die Kur sprünglich mal gemocht und respektiert haben. Ich mach das alles für meinen Papa, bis er reich ist. Ich mach das alles für die, Amen, bis sie reich ist. Ihr macht das alles für Fame und Schick, seid ihr peinlich. Der Beste aus einer Stadt zu sein, äh, das reicht nicht. Ich bin 23, ich hab so viel vor. Du bist 23, du sprichst jeden Tag, probier Pomp. Sie will ein Ring am Wingfinger, aber Baby, das wähl du für mich nicht. Nur ein wirtschaftliches Minus. Will in Filmen spielen, Fernseher oder Kino. Will keine Frauen oder chillen in der Spiello. Pech in der Liebe und auch Pech im Casino. Ich bin's Ditch in einer Welt ohne Lilo. Es geht nicht immer. Hä, wie lustig. Was macht er da? Warum liegt er da einfach auf dem? Bruder, braucht er Hilfe? Ey, Chat, was hat er vor? Nein, 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 Digga. Push dich schon mit. Schaffst du schon. Ey, Bruder, wir leben safe in einer Simulation. Also das ist ja die eine Sache, was er macht. Aber was macht er? Warum macht er eine, das und, hä? Gibt's keinen normalen Streams mehr? Warum hat er so einen Helm an? Bruder, Twitch dreht durch, ne? Steht er unter Beschuss? Und sonst so? Was macht er? Boah, Digga. Er hat sie auseinandergenommen. Er hat sie auseinandergenommen, Digga. Alter. Hard luck after that loss today. How are you feeling? Excuse me? Can I speak English? You? Me? No English. No program? Every time happy! I have a bang! I have a... Oi! Hey! Apple bang! Hard luck after that. Hä? Einer fragt einmal, wie geht's dir, Bruder? Er sagt, excuse me? You speak English? Am Ende kommt er mit Apple Pen, Digga. Wo hat er seine Gefühle beschrieben? Miles Morales has the most useless Blackflip in Spider-Man history. Me? Explain this. Warum hat er ein Saito gemacht? Er wird einfach so entfühlt, er macht vorher aber noch ein Saito. Weil er sieht einfach eins aus wie Manuel Neuer. Oh, in der Sinn. Messi's Bodyguard is smooth. Er nimmt sein Hand weg direkt. Guckt ihn euch an, Digga. Mit dem will man kein Beef ehrlich. Aber das höchste... Das war's mit der TikTok, Freunde. Tschüss.